Oh mein Gott, ich wollte diese Timmy-Puppe schon immer mal haben. So schön, ja. Was willst du mit einer Puppe? Du bist doch ein Junge. Was geht da dran nicht? Hallo. So. Lashers of Princess, ob ich der bin von Bling Bling, ja safe, ich bin es. War schon immer 24, Tim, Mann, wer ist Bobby? Ich bitch mich auf, mach Storys in rosa Smarties, alles andere als Art, ich liebe Glamour und Parties. Wie ich aus'm Haus geh, nur gestylt, selbst Bräuner drauf, ja, ich übertreib. Auf Instagram hab ich schon zwei Millionen geknackt, bald sind es drei. Kommst nicht klar auf meine Kurven, Anfang 20 und so hype. Heinz-Swipe, es wär vorbei, aber du findst mich heimlich geil. Gönn dir mein Ah, 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 und der Booty macht Bamm-Bamm-Bamm, also gönn dir mein Ah, 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 und der Booty macht Bamm-Bamm-Bamm, gönn dir mein Ah, 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 und der Booty macht Bamm-Bamm-Bamm, also gönn dir mein Ah, 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 ich hab's gewusst von Anfang an. Ist nicht dein Business, wenn ich will, klau ich dir trotzdem deine Bitches. Wigs und Make-up, High-Heels voll mit Glitzer. Sorry, wenn dich das gerade triggert, Baby, hasta la vista, bin ich sicher. Wenn ich aus'm Haus geh, nicht allein, hab jetzt Securities dabei. Denn auf Instagram hab ich schon zwei Millionen geknackt, bald sind es drei. Kommst nicht klar auf meine Kurven, kommst nicht klar auf meine Likes. Kommst mich los mit einem Swipe, doch du findest mich halbisch gut. Gönn dir mein Ah, Ah, Ah. Also gönn dir mein Ah, Ah, Ah. Ich hab's gewusst von Anfang an. Gönn dir mein Ah, 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 und der Booty macht Bamm-Bamm-Bamm, also gönn dir mein Ah, Ah, Ah. Und der Booty macht Bamm-Bamm-Bamm, also gönn dir mein Ah, Ah, Ah. Und der Booty macht Bamm-Bamm-Bamm, also gönn dir mein Ah, Ah, Ah. Ich hab's gewusst von Anfang an. Ah, Ah, Ah. Ah, Ah, Ah. Ah, Ah, Ah. Ah, Ah, Ah. Ich hab's gewusst von Anfang an. Alter, geht's dir eigentlich noch gut? In meinem Laden kann hier jeder sein, wie er will, ne? Merk dir doch mal bitte. Und für dich, ne? Du kannst die Puppe behalten. Geht aufs Haus, gönn dir. Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah